Als Rechtsanwälte sind wir es gewohnt, quasi auf Zuruf unserer Mandanten Rechtsprobleme zu bearbeiten. Das machen wir jetzt auch bei drei Minuten Umweltrecht. Wir haben eine Zuseheranfrage bekommen und diese wollen wir heute beantworten. Grüß Gott, mein Name ist Peter Sander von der Rechtsanwaltskanzlei Niederhuber & Partner mit Sitz in Wien und in Salzburg. Wir haben auf drei Minuten Umweltrecht unserem YouTube-Kanal bereits das eine oder andere Mal uns mit dem Enteignungsrecht auseinandergesetzt. Im Zusammenhang mit einem der letzten Videos zum Thema Enteignung wurde ein Zuseher darauf aufmerksam und hat uns mit einer Frage konfrontiert, nämlich inwieweit sind Projektentwicklungs-, Bau- und Betriebskosten bei der Interessenabwägung, ob jetzt eine Enteignung zulässig ist oder unzulässig ist, zu berücksichtigen. Genau um das geht es hier. Projektkosten, Baukosten und Betriebskosten können natürlich berücksichtigt werden. Und zwar basiert das auf der Ebene der Notwendigkeit einer Enteignung. Dort wird abgewogen. Dabei darf man allerdings nicht vergessen, dass die Enteignung immer nur subsidiär ist. Der Verfassungsgerichtshof sagt uns daher, dass die Notwendigkeit einer Enteignung dann nicht gegeben ist, wenn und weil privates Eigentum enteignet wird, obwohl es in der Dispositionsbefugnis der öffentlichen Hand stehend auch ein sonst geeignetes Gut, das, und das ist der wichtige Punkt, ohne unverhältnismäßigen Kostenaufwand den angestrebten Zweck erfüllen kann, gibt. Das heißt, das Kriterium ist die Unverhältnismäßigkeit, negativ formuliert, oder die Verhältnismäßigkeit. Das heißt, die Anfrage unseres Zusehers kann ganz klar mit Ja beantwortet werden. Kosten sind bei der Interessenabwägung in einem Enteignungsverfahren zu berücksichtigen, allerdings erst, wenn sie eine gewisse Relevanzschwelle überschreiten. Das heißt, wenn es sonst unverhältnismäßig wäre. Solange ein Kostenaufwand zwar existent ist, dieser aber zugemutet werden kann, dieser aber verhältnismäßig ist, um auch ohne Enteignung das gleiche Ziel zu erreichen, sind diese Kosten nicht so relevant, dass eine Enteignung demzufolge ausschließlich wegen dieses Kostenfaktors gerechtfertigt wäre. Untertitelung des ZDF für funk, 2017